Einen wunderbaren guten Morgen liebe Traderinnen und Trader zum zweiten Webinar diese Woche mit den Live-Besprechungen. Jetzt musste ich erstmal noch überlegen, der Montag war ja Feiertag. Wir blicken heute auf Euro, US-Dollar, Austral-Dollar, Schweizer-Franke und mal wieder einen Index hier aus Europa. Wir blicken mal auf den IBEX. Interessant, was hier gerade geboten wird. Werden wir gleich im Chart live sehen. Also etwas gespannt zuschauen. Oder aber, Sie haben es schon gelesen, im Blog-Eintrag. Das machen wir ja auch immer wieder. Das möchte ich an der Stelle auch gerne noch einmal kurz zeigen, wo das Ganze auch findbar ist. Nämlich auf der Website von Tickmel. Ich blicke gerade auf den vierten Monitor nach oben. Ich hole es mal ganz kurz nach unten hier, dass wir das Ganze mit sehen können. Also hier einfach, wer die Blogs lesen möchte und nicht direkt über Facebook hier den Blog jeden Morgen auch angezeigt bekommt. Einfach auf die Website von Tickmel gehen. Hier gibt es auch alle Informationen über die hervorragenden Konditionen und selbstredend auch über die Werkzeuge. Hier können Sie ja, wenn Sie das mögen, kostenfrei mit dem Stereo Trader auch mitarbeiten. Und da gibt es hier den Blog. Und da sehen Sie, wie immer, die wichtigsten Dinge, die ich hier morgens für Sie raussuche, damit der Handelstag gut vorbereitet ist. Und heute geht es halt hier an dieser Stelle mit um den Euro. Aber bevor wir ins Webinar starten, erst einmal Lüdger, Elena, einen schönen guten Morgen hier im Webinar. Und dem folgt auch gleich der Risikohinweis. Den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit gehen wir rüber zu den Nachrichten. Gestern haben wir ja ein paar Nachrichten zum Thema Häuser, Hausverkaufe aus den USA bekommen. Die waren deutlich besser als erwartet. Also, das Geschäft geht auch voran. Wir werden auch sehen, was das Wiespuck hier zu dieser Entwicklung sagen wird. Es kommt ja in nicht allzu langer Zeit wieder ein weiterer Geschäftsbericht, sage ich schon, Konjunkturbericht aus den USA. Von der Seite her, es scheint momentan relativ gut zu laufen. Wir sehen es ja auch an den Indizes, wie schön sie steigen. Mehr dazu wieder zur großen Schau am Freitag. Da aber jetzt vorher zu den Tagesnachrichten für heute. Um 10 Uhr ein sehr, sehr wichtiger Termin für Deutschland. Und zwar gibt es hier den IFO-Geschäftsklimaindex-Prognose. Wir sehen es hier im Vergleich zum Vormonat. Ein leichter Anstieg auf 99,9 Zähler. Und um 16.30 Uhr gibt es dann aus den USA die Informationen zu den Rohöl-Lagerbeständen. Der Rohölpreis ist ja zuletzt deutlich angestiegen. Das hatte ich gestern schon erwähnt, nachdem Donald Trump hier weitere Sanktionen verhängen möchte. Danach gibt es nichts weiter am heutigen Tage mit starken Relevanzen. Ich bitte jedoch darauf auch zu achten, in den einzelnen Märkten immer auch zu schauen, wann wichtige Nachrichten beispielsweise von Notenbanken oder Bruttoinlandsprodukte oder ähnliches aus anderen Ländern gegeben werden. Das hier an dieser Stelle auch Feiertage sind immer wichtigerweise zu beachten. Und zum Thema Feiertage auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir stehen in Japan vor einer historischen Geschichte oder nicht so oft vorkommenden Geschichte. Es gibt in Kürze 10 Börsentage am Stück oder 10 Tage am Stück, wo der japanische Aktienmarkt geschlossen ist. Und was es da zu beachten gibt, da rede ich am Freitag kurz drüber, dass sich jeder mit seinen Trades entsprechend auch auf diese Dinge mit einstellen kann. Das machen wir dann ganz in Ruhe am Freitag. Nun aber mal hinein in die Charts. Wie ich hatte ja gesagt, die Handelsideen heute Euro, US-Dollar, Australer oder Schweizer Franken und der IBEX. Zuvor aber noch, ich hatte es gerade auf der Uhr in der Marktvorbereitung, auch nochmal ein kurzer Blick in den australischen Aktienindex. Hier sieht man mal wieder, man muss als Trader nicht zwangsläufig in den kleinen Zeiteinheiten agieren, um Geld zu verdienen. Schaut euch das mal an, hier unsere letzte Handelsidee im Austral-Dollar. Wir hatten den Austral-Dollar hier besprochen. Wir haben hier unten sehr, sehr schön den Widerstand gesehen und an dieser Stelle das Ganze auch nach oben mitgenommen. Heißt also hier schön das Umkehrsignal an dieser Stelle und dann läuft der Markt weiter schön nach oben. Hat hier dann aus der Korrektur heraus den Aufwärtstrend wiedergebildet, also hier sogar einen untergeordneten Aufwärtstrend. Und jetzt stehen wir, wo stehen wir? Wir hatten es avisiert, wenn wir hier unten aus der tiefen Korrektur rauskommen und der Markt oben die Stärke findet reinzulaufen, sind wir am Allzeithoch und da sind wir jetzt auch angekommen. Da sieht man mal, wie entspannt man gutes Geld an den Kapitalmärkten verdienen kann, wenn man sich auf der richtigen oder an der richtigen Stelle auf die Lauer legt, um den Markt zu traden. Das läuft, der Trade auch bei mir weiterhin noch im Portfolio, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, ist weiter am Laufen. Das ist bei mir eine etwas längere Geschichte vom Zeithorizont. Aber wir sehen, wie gut das Ganze funktioniert. Als kurzfristiger Trader, wie auch als Trend-Trader, ist es momentan interessant, was hier geschieht. Und jetzt wird es halt spannend, was hier oben am Allzeithoch geschieht. Ob wir direkt drüber laufen oder aber erst einmal etwas Korrektur sehen, das wird der Markt uns zeigen. Ich werde hier natürlich alle, die zuschauen, selbstverständlich immer wieder auf dem Laufenden halten. Und auch meine Einladung, bitte, wer mag, sehr, sehr gerne direkt Fragen stellen hier im Webinar. Ich weiß, es schauen viele Teilnehmer zu, von der Seite her einfach Fragen und ich gehe gerne, gerne auf die Wunschcharts ein. Und damit bleiben wir noch bei einem Aktienindex. Und zwar schauen wir hier mal auf den spanischen Markt hier rein. Hier sehen wir es, den spanischen Aktienmarkt. Der ist auch sehr, sehr schön gelaufen seit Beginn des Jahres, beziehungsweise hier seit Weihnachten. Sehr, sehr schön dynamisch nach oben auch angestiegen. Hier jetzt die aktuelle Bewegung sehr, sehr nahe auch. Ich muss das mal kurz etwas kleiner machen, damit wir mehr sehen. Sehr, sehr nahe auch hier oben an einen oder in einen oder noch nicht in den Widerstandsbereich, aber schon recht an den Widerstandsbereich oben ran gelaufen. Hier schaut es mal, diese Abwärtstunamik hat hier oben einen Staubereich gehabt. Einen Bereich, wo zwei Korrekturhochs lagen, um die 9.660 Punkte Mark. Und vom Tief hier unten im Dezember haben wir uns jetzt auf knapp 9.600 Punkte herangearbeitet. Hier haben wir dann zu Beginn der Woche das Hoch gesehen. Der Markt ist jetzt in korrektiver Phase. Und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was der Markt hier macht. Zwei Dinge können an der Stelle wie immer passieren. Zum einen selbstverständlich, es kann zur Korrekturausweitung kommen. Dann kommt es dazu, was wird interessant, selbstredend naheliegende Punkte. Wir haben hier das Tagestief, selbstverständlich erst einmal das Tagestief von gestern. Das haben wir liegen bei 9.490 Punkte. Da kommt es dann darauf an, was der Markt macht, ob stärker oder schwächer reinkommt. Aber sollte es hier tatsächlich zu weiteren Kursrückgängen kommen, Wir haben hier zwei naheliegende Tagestiefs, die möglicherweise im Sinne dieses Aufwärtstrends als Pivot-Punkte genutzt werden können. Das wäre hier das Tagestief um die Marke von 9.476 Punkten und etwas drunter hier die 9.456 Punkte Marke. Eine deutlich weitere Ausdehnung in den Bereich des Korrekturtiefs kann man natürlich auch erwarten, muss man auch als Trader erwarten. Das sind ja die Szenarien, die wir hier mit bespielen. Und das hier an dieser Stelle 9.369 Punkte. Und das ist halt mal ein Trade, den man gut und gerne auch in einem Index mit ganzer Ruhe machen kann. Hier in die korrektive Phase herein. Wer lieber abwartet, bis der Markt wieder rumdreht und dann entsprechend in Richtung des Trends läuft. Wir haben ja jetzt gut etwas weniger als 50% dieser Bewegung korrigiert. Kommt es hier zur Umkehr, wenn der Markt rumdreht, dann müssen wir natürlich uns nach oben orientieren. Und können wir auch nach oben orientieren. Heißt also hier an dieser Stelle, kommt es zur Umkehr, haben wir hier oben das hoch erste Mal liegen bei knapp 9.600 Punkten. Und dann als nächster Anlaufbereich hier, wie schon gesagt, der Widerstand um die 9.660 Punkte. Das Ganze kann man sich auch gut und gerne hier im Stundentrend anschauen. Und da sehen wir halt, dass der Markt schon wieder schön nach oben gelaufen ist. Und jetzt haben wir hier die korrektive Phase. Und wer sich das Ganze anschaut, ich skaliere das mal kurz etwas anders, damit das besser zu sehen ist. Der wird halt hier an dieser Stelle erst einmal sagen, Moment mal, der Stundenaufwärtstrend, der ist ja noch gar nicht gebrochen. Das war einfach gestern nur ein ganz normaler Rücksetzer. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt es nämlich darauf an, was hier am Ende der Markt macht. Das heißt, was wir hier sehen können, möglicherweise ist das, dass wir, wenn wir Abwärtsdynamik bekommen, dass sich ein solches Muster ergibt. Das heißt, wir laufen hier drunter. Und dann wird es halt interessant, was passiert hier drüben an dieser Stelle. Wenn wir hier unter dieses Tief bei 9476 Punkten laufen, dann wird dieser Aufwärtstrend gebrochen. Und dann spricht erst einmal einiges dafür, dass die Wahrscheinlichkeit zunimmt, hier tiefere Kurse zu sehen. Das ist die eine Wahrscheinlichkeit. Das Zweite, was wir hier erwarten können, ist, wenn wir weiter positive Dynamik sehen, dass wir hier nach oben laufen. Und wenn sich dieses Bild ergibt, dann haben wir hier untergeordnet einen Aufwärtstrend, der in Richtung dieses Aufwärtstrend der Stunde läuft. Und dann haben wir dieses Umkehrmuster, was wir dann auf Tagesbasis auch sehr, sehr schön zur Trading-Anwendung bringen können. Im mittelfristigen Bereich, also als Swing-Trade sozusagen, den Markt nach oben etwas mitzunehmen. Das also hier ein paar, sage ich mal, Ansichten, ein paar Gedanken zum Aktienmarkt hier in Spanien. Und damit gehen wir rüber in den FX-Bereich. Wir starten mit dem Währungspaar Austral-Dollar-Schweizer-Franken. Hier sehr, sehr interessant, was wir hier momentan sehen. Auch in diesem Währungspaar eine sehr, sehr tiefe Korrektur des laufenden untergeordneten Aufwärtstrends. Ich habe das hier mal eingezeichnet. Hier, da läuft über die Stunde der Markt nach oben und ist jetzt in die tiefe, tiefe Korrektur hineingegangen. Hier haben wir ein Korrektur-Tief im Trend der Stunde. Das ist auch das Tief dieses Tages hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir uns das Gesamtbild mal anblicken, hier oben gibt es den Widerstand um dieses Hoch, was wir hier erreicht haben, bei 0,72,617. Jetzt haben wir hier die tiefe Korrektur. Frage ist, wie geht es weiter? Zwei Möglichkeiten, auch hier wieder im Sinne der Aufwärtsdynamik hier. Eine Umkehr des Ganzen. Dann müssen wir den Blick oder sollten wir den Blick auch nach oben richten. Wir schauen uns das Ganze auch gleich mal in der Stunde an. Auf der anderen Seite, wenn wir uns nach unten ausrichten müssen, wir haben, wie schon gesagt, hier das Tief, wenn es gebrochen wird, dann ist als nächstes der Support-Bereich hier der Ausbruchsbereich über dieses Trend hoch bei 0,71,519. Im Raum, darunter ist natürlich viel, viel, viel Platz weit nach unten. Erstmal hier unten weg die Marke von 0,70,218. Wir haben nach unten auch noch deutliches Potenzial mit drinnen. Das müssen wir beachten. Das kann hier auch gespielt werden. Und das Ganze schauen wir uns jetzt einmal an im Stundenchart mit dem kurzfristigen Blick. Und hier sehen wir, dass wir hier, das habe ich eingezeichnet, hier sind mal die groben Verläufe auch nach oben mitgenommen. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach ein Markt, der jetzt stark nach unten gelaufen ist. Und wir haben hier unten um die Marke von 0,71,680 natürlich hier einen Bereich. Da gab es mal etwas Support und hier kommt es darauf an, was der Markt macht. Springen wir wieder ab von unten her. Das ist dann interessant. Das heißt, kommt hier an dieser Stelle plötzlich Stärke rein. Wenn wir uns das mal im 5-Minuten-Trend beispielsweise anschauen, dann werden wir sehen, dass die 5 Minuten hier anfangen nach oben zu trenden. Das wäre dann für den kurzfristigen Trader ein ideales Einstiegsszenario oder ein idealer Einstiegsbereich für die Longside, um einfach hier nach oben ein Stück des Weges auch mitzunehmen. Das muss man einfach abwarten. Kommt allerdings hier unten Schwäche rein, dann muss man einfach sehen, wir müssen uns definitiv weiter nach unten orientieren. Und da macht es dann Sinn, hier in die Stunde auch mit reinzuschauen. Diesen Support-Bereich hier, den ich grün markiert habe, beziehungsweise hier haben wir ja auch einige Trend-Tiefs liegen, beziehungsweise ein paar Swing-Lows hier. Hier sind ja die Bewegungstrends auch gut ersichtlich in diesem Ganzen. Das sind dann Marken, die man sich als Trader raussuchen sollte. Also wir sind hier in einem Bereich, der doch auch für gute Bewegungen, ja sag ich mal, da ist. Und da kommt es jetzt halt darauf an, springt der Markt von hier unten, wo wir stehen, nach oben ab? Möglicherweise gut sichtlich durch die 5 Minuten oder bricht das durch? Das ist dann der Punkt, nach unten hin zu treten. Also Long wie Short, zwei interessante Geschichten mit Blick auf das große Bild. Ist es jetzt natürlich interessant, was kommt hier als nächstes? Warum schaue ich hier auch so genau auf das große Bild? Schaut es euch mal an, ich zeichne es mal kurz ein. Wir haben hier diesen starken Schub nach unten gehabt. Hier gab es das Tief, hier lief der Markt nach oben rein. Jetzt haben wir hier die Situation, dass wir in die korrektive Phase reingegangen sind. Also Gegenbewegung zu diesem Schub nach oben. Der hat sich auch trendförmig ausgebildet. Und dann folgte was? Wir sind technisch gesehen über das Hoch drüber gelaufen. Das heißt, technisch gesehen sind wir hier in einer Situation, dass sich hier erst einmal eine Aufwärtsdynamik in einen Aufwärtstrend verwandelt hat. Jetzt kommt es halt darauf an, gibt es eine Fortsetzung oder nicht. Wenn es die Fortsetzung gibt, dann haben wir hier alle Chancen der Welt, weiter nach oben mitzulaufen. Das heißt, hier erst einmal aus dieser Dynamik raus, egal wo wir jetzt rumdrehen, wenn es zur Fortsetzung kommen sollte, dann haben wir die Chancen, halt hier schön nach oben zu laufen, diese alten Wegpunkte wegzunehmen und uns möglicherweise mittelfristig sogar wieder hier diesem Hoch aus dem Jahr, wo haben wir es gewesen? Im November 2018 hatten wir hier das Hoch, der Hochpunkt hier. Nein, es war der dritte, zwölfte. Also Anfang Dezember, das war das Hoch. Wir haben dann tatsächlich die Chance, wieder dort reinzulaufen. Und hier auch genau wie ich das vorhin beim australischen Aktienindex gezeigt habe, es ist immer wichtig, an den richtigen Stellen im Markt aktiv zu werden. Das heißt, das Ganze ordentlich zu beachten und die Stellen rauszusuchen, wo das Risiko am kleinsten und die Chance am größten ist. Das ist ja auch das, was wir hier jeden Morgen auch versuchen zu eruieren und dann dort zuzuschlagen, wo es zuzuschlagen gilt. Das im Austral-Dollar, Schweizer Franken. Und dann schauen wir uns hier noch den Euro-US-Dollar an. Da ist mittlerweile wieder ordentlich Bewegung nach unten reingekommen. Wir haben hier in den letzten Tagen wieder gesehen, der Weg des leichteren Widerstandes führt aktuell wieder nach unten. Das sehen wir hier an diesen stark nach unten laufenden Kerzen. Jetzt sind wir von der Verortung her gestern wieder mal durch das Band hier um die Marke von 1,12 drunter gelaufen. Interessant wird es, wie der Markt sich jetzt weiter verhält. Mit Blick nach oben sollte es hier tatsächlich zu einem nachhaltigen Abprall kommen, müssen wir erst mal schauen, der Anlaufpunkt oben an diesem kurzen Hoch um 1,12,625 beziehungsweise wenn es dann planmäßig noch etwas höher geht, beispielsweise wäre der nächste Anlaufpunkt hier in einem Trendfortsetzungsbereich der Stunde, das werden wir gleich sehen, um die Marke von 1,12,790 hier oben in diesem Bereich. Mit Blick nach unten, selbstredend hier das Tagestief von gestern, wäre dann erst mal der Anlaufpunkt. Das haben wir hier um die 1,11,923. Das ist hier unten diese Linie, da kann ich ja gleich mal hier das unten ranhängen, kurz einen Augenblick. Das machen wir hier, das mache ich mal kurz grün. So, und damit hätten wir dann den Anlaufpunkt erst einmal im Tag. Und wenn wir hier da drüber, beziehungsweise da drunter laufen, das heißt, wenn der Markt nicht abprallt, dann haben wir hier ein Tagestief, das ist inzwischen low gewesen von diesem Schub nach unten. Das wäre dann der Bereich hier, um die, jetzt muss ich es mal kurz größer machen, größer zoomen hier an dieser Stelle. Das haben wir hier unten liegen, das Tief hier, wie schon gesagt, bei 1,11,837. Hier entsteht dann auch der Abwärtstrend, der nächste untergeordnete Abwärtstrend. Und dann haben wir hier das Tief, was wir im März hatten, um die Marke von 1,11,6. Nein, entschuldigt, 1,11,763. Kurzfristig, mittelfristig. Wenn wir doch tatsächlich es schaffen, uns unter der Marke von 1,12 zu stabilisieren, dann muss man natürlich schauen, wenn wir hier mal in die Woche reingucken, wo es dann weiter hingehen kann. Und da sehen wir halt im engeren Band, da ist nach unten einiges an Platz, was sich dann an Potenzial ergibt. Der Chart ist jetzt hier nicht so sauber, wegen vieler Zeichnereien. Aber wir haben halt hier gerade einen wichtigen Staubereich. Und wenn der nach unten nachhaltig unterschritten wird, dann haben wir hier halt nächste Marke. Und wir sehen es hier unten schon um die Marke von, was haben wir unten, 1,11,2,2. Beziehungsweise wir können uns dann weiter nach unten orientieren. Das machen wir dann, wenn es zu weit ist. Wir sehen, das Potenzial nach unten hin ist auf alle Fälle da. Wenn wir ordentlich nach unten durchsprechen, man muss erst mal schauen, ob sich der Markt tatsächlich unter dieser wichtigen Marke hier etablieren kann oder ob es hier einen starken, starken Boden gibt, der dann wieder zu groß Aufschlägen führt. Das wird sich zeigen, das weiß man heute nicht. Aber das ist auf alle Fälle das, was wir hier momentan sehen. Und wie schon gesagt, wenn wir uns das Ganze mal in der kurzfristigen Geschichte anschauen, wir gucken jetzt mal in den Stundenchart rein, weil da gibt es natürlich die Handelsszenarien auch, die wir brauchen. Hier haben wir den Abwärtstrend am Laufen. Was ist hier passiert? Wir haben hier lediglich gestern den Schub nach unten gesehen und dann lediglich eine Korrektur im laufenden Abwärtstrend. Und hier, ja, hier kann jetzt wieder zwei was passieren. Entweder es kommt zu einem Rebound, das heißt, der Markt springt hier nochmal nach oben ab und läuft etwas höher. Dann ist dieser Bereich hier oben ein wichtiger, um die Marke von 1,12,625 hier, den ich hier oben markiert habe. Aber hier sehen wir die paar Tops, die herangelaufen sind. Oder aber wir finden uns auf dem Weg nach unten wieder. Wir sehen, die fünf Minuten sind ja auch schon auf dem Weg nach unten unterwegs. Und da kommt es auch darauf an, wie hier jeder agieren will. Im kurzfristigen Bereich macht es natürlich Sinn, sich zu orientieren, was passiert hier unten am Tagestief. Gibt es hier einen Rückschnapper, dann eher die Long-Seite im Intraday-Trading. Gibt es tatsächlich einen Bruch, dann sollten wir uns wirklich hier nach unten orientieren. Und das kann man auch gut sehen in den kleineren Zeiteinheiten. Hier sehen wir halt, die Stunde lief oder läuft nach unten. Momentan befindet sich halt auch der Fünf-Minuten-Trend hier schon wieder auf dem Weg nach unten. Er trendet runter. Oder hier ist dann die Trendfortsetzung sozusagen. Anlaufpunkte hätten wir dann hier im kurzfristigen Bereich. Hier drüben, ich mache mal kurz das Fadenkreuz an, damit man die Zielplanung etwas machen kann. Hier, das wäre ein Bereich, da kann man durchaus ranlaufen. Und dann hier unten selbstverständlich. Das Tief, was wir hatten, das Tagestief von gestern. Da kommt es dann darauf an, läuft der Markt runter oder drüber. Das also zu den aktuellen Blickthemen im Euro-US-Dollar. Jetzt schaue ich nochmal kurz in die Fragen rein. Fragen sehe ich hier an dieser Stelle momentan keine. Von der Seite her allen gute Trades. Wir lesen und hören morgen wieder voneinander. Um 8.30 Uhr geht es dann wieder in die Live-Besprechung. Ich freue mich auf viele Zuschauer in diesem Bereich. Und wer Fragen hat, gerne auch schon vorab den ein oder anderen Wunschmarkt mit reingeben. Dann schauen wir direkt in die Live-Besprechung rein. Danke für die Zeit und bis morgen. Tschüss. Danke für die Zeit.